Moin 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 meine lieben hier alle SACSI wie ihr den untertitel gesehen ich werde jemanden bei euch vorstellen, eine sehr wichtige Person, welche in unserem zukunftsvideo teilnehmen. diese Person ist der Kuss, welche ich kenne, der Psycho gestört, wie ich kenne und der beste Freund aller Zeiten, das ist unser neuer Gast, mein neuer Partner, welcher ich werde mit euch in diesem Kanal kommen. Leute, es ist soweit, der Typ ist knallhart und ja, ich kann mehr in die Phase, wie ich kann mich freuen, in euch vorstellen. Leute, es ist soweit, es ist Peter! Danke, 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 nein, ich bin Peter! Ich bin der kurze, verrückteste Mann aller Zeiten! Weißt du, wir fragen dich? Ja, ich bin stolz darauf, in deinem Video teilzunehmen und ich werde den größten Bro, welche du nie hergehend hast! Entschuldigung, aber das muss es sein! Meine ganze Ärger, bloß von meinem Blut zu meinen Füßen! So, was für Rest als Fragen, sag sie, sag es! So Peter, erste Frage, freust du dich, dass du bist in meinem Video dabei? Ja klar, sag sie! Besseste Angebote könnte mir nie passieren! Ich bin der Beste, wie du konntest haben und was ich konnte nicht haben! Ja! Peter, vielleicht vorstellst du dich, was ist deine, wie heißt du? Jeder weiß wie der, vielleicht sagst du, wie alt bist, woher kommst du und ja, vorstell einfach! Okay, also mach ich! Also, ich heiße Peter! Mein Hund hab ich ein bisschen so rüber! Ich bin Peter, ich bin 24 und ich bin stolz auf Deutsch! Auch wenn man nicht so hört, aber eben Deutsch! Noch ein Video von anderen Seiten, verpissen mich schon! Das war's! Warte, 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 warte! Peter, ich hab noch mal eine Frage! Wie oft willst du mit mir also arbeiten und wird das lange dauern oder? Wie? Oder willst du kommen und gehen und verpiss mich? Wie lange ich werde hier machen? Mal sehen! Wenn deine Videos werden katastrophal oder scheiße, dann gleich! Mal sehen, ob ihr Bock habt! Dann! Wenn wir sehen! Aber momentan, sieht gut aus! Und! Noch eure Fragen! Oder! Ich sollte mich beschissen! Mal bitten, meine ich! Okay, Peter! Wenn du so gut hast, ist perfekt! Aber! Was ich will dich sehen! Das war's für erst! Leute! Das war auch für euch! Das erste Mal! Welcher hat ihr Peter kennengelernt? Und! Dankeschön! Dass du was zu bekommen bist! Dankeschön! Das willst du mit mir arbeiten! Und! Wir sehen uns für das nächste Video! So! Endlich fertig! Weil ich hab echt Regen im Hunger! Ciao! So! So Leute! Ich würde sagen, das war's! Von dem Peter! Hat ihr am Eindruck bekommen? Von dem Peter! Wenn! Ich werde mal arbeiten! Er hat manchmal, äh! Andere Tage heute, also sehr! Arschlohater gespielt! Mancher hat das Spiel ja lustiger! Ich kenne ihn sehr gut! Und! Wir werden uns sehen! Vielleicht nächster oder überall in diesem Video! Dankeschön! Das hat er zugeschaut! Und wir sehen uns! Nächstes Mal! Seid cool! Seid gesund! Und zock nicht zu viel! Ciao!